Jo Leute, was geht ab? Ich bin's heute wieder auf meinem Kanal. Heute neue Neuigkeiten. Also, bevor das Video beginnt, ich habe ein Video gemacht, wie ihr diese Pickles kostenlos abholen könnt. Checkt das gerne ab, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, wir wechseln mal die Webseite, Leute. So, eine Sekunde. Zack, ihr seht hier ein Tanz. Wie, ihr fragt euch, wann kommt der Tanz und wie bekommt man den? Also, jeder, der sich vom 2. Dezember um 9 Uhr bis zum 4. Dezember um 2.45 Uhr bei Fortnite anmeldet, erhält das Toasty Roast Emote. Also, Toasty Roast Emote. Also, ich denke mal, das ist ein Freund-Tan-Emote. Also, ihr sitzt erstens so alleine, kriegt Marshmallow und dann kann man halt Viereck bei euch klicken, dann kann man mit euch sitzen und auch Marshmallow grünen. Finde ich richtig nice, das Ganze kostenlos. Deswegen nicht verpassen. Also, vom 2. Dezember um 9 Uhr bis zum 4. Dezember um 2.45 Uhr. Und, ja, Leute, das war's eigentlich schon mit dem kleinen Info-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst gelockt, die, falls keine Videos mehr verpasst. Dann würde ich einfach sagen, war's schon mit dem Video und ciao. Heute rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.